Hey Leute, herzlich willkommen bei Heideke TV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, es ist Freitag, es ist wieder Zeit für eine neue Transformation. Ich sage herzlich willkommen, Timo. Heute ist dein großer Tag. Hallo, Kathleen. Ja, was machen wir? Wir wollen heute eine Transformation bei Timo machen. Und als Frisurenwunsch haben wir uns den Johnny Adland überlegt. Das ist ein Influencer von Instagram, beziehungsweise er macht auch YouTube-Videos, glaube ich, mittlerweile. Und ist ein Vlogger, Blogger, wie auch immer. Also, vielleicht kennt ihr ihn. Auf jeden Fall super hübscher Typ, genauso wie du, Timo. Und von daher kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, wir hauen rein in die Schere und lasst euch inspirieren und bis später. Ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns�kend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020